So, wir haben hier eine neue Steinlampe, die Fenix HM23, ein sehr kompaktes Modell, wird betrieben vor einer Oppo-A-Batterie, ein Stück ist bereits im Lieferumfang enthalten, zusätzlich haben wir hier noch einen Ersatzohrring, Bedienungsanleitung, Garantiekarte und die Lampe selber, also im Lieferumfang enthalten. Jetzt schnell zu den einzelnen Leistungsdaten von diesem Modell. Wir haben 240 Räumen, Maximumleistung, drei verschiedene Helligkeitsstufen, geht runter bis auf vier Läumen im RAW-Modus oder den Ermittler mit 70 Räumen, wir haben ca. 100 Stunden Maximumlaufzeit, hier im RAW-Modus. So sieht das aus. Neutral weisse Leuchtfarbe. Wenn ihr noch Fragen zu diesem Produkt habt, findet ihr weitere Infos auch im Onlineshop unter www.phoenix-schweizer.ch. Wenn euch das Video gefällt, könnt ihr gerne einen Daumen hochdrücken. Oder könnt ihr auch einen Kommentar hinterlassen, wenn auch diverse Fragen oder Ideen offen sind. Merci fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. – – Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.